Die behaupten alle, ich hätte ein Problem. Humi, trinkst du manchmal für dich allein? Zählt der Herrgott als Person? Nein. Dann ja. Brauchst du ein Bier, um einzuschlafen? Danke, das wär sehr nett. Versteckst du Bier irgendwo im Haus? Sowas Verrücktes. Und trinkst du manchmal, um der Wirklichkeit zu entfliehen? Humi, ich möchte, dass du mir zuliebe etwas tust.